Moin Leute in der Hedgecom zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Im heutigen Video testen wir den neuen Days of Doom Fortnite-Modus aus. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da auf jeden Fall erwarten wird. Deswegen bleibt doch gerne bis zum Ende dran. Ich würde sagen, bevor das Video beginnt, lasst doch gerne nochmal ein Like und ein Abo da. Schaut gerne mal beim Twitter und Twitch vorbei. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Freunde, wir sind jetzt auch in der ersten Runde drin. Und ich würde sagen, wir starten rein in den neuen Days of Doom-Modus. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mich erwartet. Ich weiß tatsächlich noch nicht, was mich erwartet. Denn ich habe zwar ein paar Leaks gesehen, aber jetzt nicht so richtig zu Days of Doom, also zu dem Spielmodus an sich. Was man hier eigentlich recht schon erkennen kann, es ist in 30 Leute aufgeteilt, 15 für die gute und 15 für die schlechte Seite. Das Ziel hinter dem ganzen System ist auf jeden Fall, dass ein Team gewinnt. Am besten ist es natürlich, wenn das gute Team gewinnt. Aber wenn das schlechte Team gewinnt, ist es halt dann so. Ich bin auf jeden Fall ein Held. Heißt, ich kann die neue Stark-Waffe ausprobieren, die ja jetzt im Game drin ist. Die wurde ja schon angekündigt am Anfang der Season, doch kam halt nicht rein. Und genau, da habe ich sie auch direkt. Geil. Und sogar die neuen Iron-Man-Items. Wie ich das jetzt auch schon irgendwie mitbekommen habe, müssen wir Artefakte sammeln. Ne, warte mal. Wir müssen Dr. Dooms Handlanger daran hindern, Artefakte zu sammeln. So, das ist eigentlich das, was man dazu alles sagen kann. Und ich gucke mal, was mich auf jeden Fall erwartet. Okay, da oben ist auf jeden Fall ein Artefakt. Ich weiß nicht, ob wir das schon einsammeln können. Kann man Chests öffnen? Ne. Oh, ich habe 300 AP. Geh sehr interessant dran machen. Also. Ich will auch hitten, wenn das so okay wäre. Mit den, schön mit den Iron-Man-Handschuhen da rein sprayen. Warte mal. Ey. Oh mein Gott, ist das OP. Die sind ja geisteskrank OP. Oh, die. Mit einem 300-Tipping ist das sogar auch OP. Okay, die müssen wir anscheinend beschützen. Ja, mit einem 300-Tipping ist das natürlich nicht so breckelnd. Egal, Jungs. Rein ins Gemetzel. Oh Gott. Ah ja. Das Elm ist auf jeden Fall nicht da. Let's go. Und man kriegt dann scheinbar auch irgendwie so eine Art Siphon, wenn man irgendeinen Gegner holt. Aber ich muss natürlich sagen, die Stark-Waffe ist nicht so geil wie früher. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Da haben sie nicht eins zu eins rausgebracht. Warte mal. Achso, das ist meine Mates. Hä? Der Fight. Damit habe ich sowieso Aim-Bot. Nice. Let's go. Okay, das ist stark. Das ist stark. Ich glaube, die sind auch in-game drin. Komm. Let's go. Let's go. Let's go. Was steht noch wer? Nein. Oh mein Gott, ich bin tot. Okay, man muss immer zwölf Sekunden warten, bis man dann wieder drankommt. Oh nein. Die switchen sich die Waffen. Ach, egal. Der Modus-Do ist ganz cool, wenn man ihn so spielt. Aber ich glaube, nach dem Video werde ich ihn auch nicht mehr spielen. Maybe mit Freunden oder so. Aber so richtig, richtig, richtig geil finde ich jetzt nicht, dass ich ihn so oft spielen würde. Let's go. Crack. Crack. Ich hab... Das ist Dr. Du. Ich hab das, äh... Ach, wie heißt das? Captain... Nein, Iron Man. Oh mein Gott. Und wir laufen. Und wir laufen. Ich kann nicht halt Voll-Damage sterben. No Build. Nein. Ja. Nein. Ey, was ist mein Game am Längen? Hunderter Ping. Ich muss drauf achten, dass ich meine Rifts auch benutze, wenn's jetzt irgendwie... im Notfall... Oh, was mutt... Oh mein Gott. Jetzt mutt der so auf. Okay, crazy. Also ist ganz cool, der Modus. Muss man schon sagen, macht an sich ganz fun, aber ich glaub... Das Ding ist over da noch. Ja, Bro, hat wieder Aim-Bot. Oh, ich mein... Was ist denn... Deine Mission. Was will er denn von mir? Okay. Crack ihn, let's go. Weg mit ihm. Wirklich, der hat ja absolut krass genervt. Alter! Ja! Aber man kriegt doch kein Zeichen, ne? Wer meins? Dann machen wir uns mal auf die Reise, ne? Ist das ein Spiel dann, ne? Nee, oder? Nee. Let's go! Dr. Doom ist gefallen, der wird dort zurückkommen. Okay. Anscheinend muss man dann auch immer Dr. Doom holen. Schon wieder, Bro. Wie schnell kommt der wieder, ey? Was ist da hinten? Okay, da ist Dr. Doom. Was ist das? Ach, ich hab ja... Hier. Ich würde aber gerne nochmal... Cap... Äh... Iron Man sein. Der hat geilere Fähigkeiten. Aber hier... Nein! Okay, sorry. Ich wollte ihn jetzt persönlich nicht angreifen. Okay, jetzt, jetzt, jetzt sind wir back. Jetzt sind wir back. Ich hab's gecallt und da ist es. Mein Iron Man... Kostüm hier. Egal, dann geh ich auf Dr. Doom. Das ist doch am smartesten, glaub ich. Oh, was ist da? Nein. Er ist immun. Respawn ist aus. Let's go, ich hab ihn geholt. Der Sieg ist nah. Eliminier restliche Handlanger. Heißt... Das jetzt nur noch Handlanger leben. Ist nicht gut oder so? Jetzt darf ich aber nicht mehr sterben, weil... Der Respawn ist aus. Egal, wir starten durch... ...mit Iron Man. Bats! Weg mit dir! Let's go. Okay, das Leben aber noch mehr... ...von... ...team Böse. Das ist ein bisschen unlucky, würde ich sagen. Ich muss mal dran denken, dass ich ja noch Metz hab, ne? Come on, Jungs. Nein, 9, 8... ...sechzig. Oh, oh. Okay. Ja, ich bin tot. Maybe. Doch nicht. Ich muss ganz dringend weg hier. Nein. Das Ding ist over. Nice. Flieg, 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 flieg. Ah, man kann ausweichen. Okay. Aufsteigen, absinken. Okay. Ich muss erstmal chillen. Okay. Ja, der ganz... Das... Das zu Ende. Drei Leute nur noch. Also, wenn wir das noch klatschen. Crack. Alle Crack. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Geil. Einer. Letzter. Acht gegen eins. Nein. Nein. Das ist sehr, sehr unlucky. Ja, schade. Ah, das ist sogar ein Spieler gewesen. Okay. Freunde, damit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst sehr gerne mal ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.